Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Deko und zwar ist die Januar-Deko fällig. Ich habe eben tausend Sachen aus dem Schrank gekramt und wieder weggeräumt und irgendwie so zig Sachen neben mir jetzt hier liegen, die ich irgendwie alle doch nicht benutzen möchte. Das war auf jeden Fall eine schwere Geburt, schon das Raussuchen von Sachen. Ich habe jetzt diese Samples mir rausgesucht, die hatte ich mal auf einem Tauschbrief. Frag mich nicht von wem, ich weiß es gerade nicht. Es tut mir leid. Die hatte ich dann da sorgfältig abgefriemelt, weil ich sie unbedingt benutzen wollte. Und ich habe mir dieses Tape rausgesucht, das ist dieses Schalmädchentape, wo die Mädchen quasi alle einen Schal zusammentragen und so aneinanderhängen. Das finde ich auch super schön. Das möchte ich auch gerne verwenden. Und ja, ich habe ewig gerade nach so einem Zusatztape geguckt, was so ein bisschen die Basis bilden könnte, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Jetzt hat mich hier gerade dieses hier oben angelacht, aber irgendwie haut mich das alles nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Ich gucke gerade nochmal wegen dem Farbton. Also vielleicht wird es gehen, aber es passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich möchte die Deko möglichst schlicht halten, weil ich bei dieser Monatsübersicht immer viel eintrage, was ich für Videos gemacht habe und so weiter. Und ich werde jetzt einmal hier diese Schalmädchen, so wie sie sind, über die Breite kleben. Und zwar von der Seite angefangen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe auch überlegt, ob ich noch dieses blaue Tape dazu benutze, aber das ist mir dann, glaube ich, auch alles zu doll. Deswegen kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Und dann hatte ich jetzt, wie gesagt, noch diese Samples hier. Da gucke ich jetzt gerade mal, was ich da so habe. Das ist hier eine Parkbank, das ist ein Fahrrad. Okay, also ich habe Dienstag, Freitag und Sonntag ja meistens meine Videos. Deswegen kann ich am Montag und Donnerstag und Mittwoch ja relativ gut was hinkleben. Und ich glaube, ich werde die einfach immer so mitten in die Felder reinkleben, weil das sich irgendwie anbietet. Dann hier die Parkbank. Ich sehe gerade hier ist noch so ein Anfang von dem nächsten Motiv. Das ist natürlich doof. Ah, das ist immer blöd. Und das auf dem Papier noch irgendwie kürzen zu wollen. Das ist einmal eine Blöschere. Okay, so. Der Kram kommt weg. Was haben wir hier noch? Das ist noch das Springseil und hier unten sind sie auch irgendwie am Spielen. Dann klebe ich das mal beim Donnerstag rein. Oder wie mache ich das am liebsten? Da ist Tag. Da ist Tag. Und das Springseil springen auf jeden Fall noch. Ich fand die Motive einfach so niedlich, dass ich dann da ganz vorsichtig alles von dem Umschlag abgelöst habe und irgendwann mal benutzen wollte. Ich überlege gerade, ob ich ein Video online gegangen bin. Ich glaube nicht, weil dann kann ich da nämlich was hin kleben. Oder online kommt. Der wievielte ist heute überhaupt? Der zweite. Okay. Also ich weiß noch nicht, ob dann online, äh, ob da ein Video online kommt. Aber wir werden es dann sehen. Ähm, ja, das finde ich eigentlich gar nicht so hübsch mit dem Hund. Ich bin kein Hunde-Fan, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Aber die beiden habe ich noch nicht. Und dann reiße ich einmal das hier ab. Und dann reiße ich einmal das hier ab. Und das muss ich hier an der Seite auch noch reißen, weil das sonst nicht zusammenpasst. Wenn das hier so gerade geschnitten ist. Und so nah. So, die haben ein bisschen gelitten. Die Mädels, vielleicht nehme ich hier einfach eins komplett weg. Die hat nämlich eben aus Versehen ihren Schuh verloren. Und da ist die Wippe. Okay. Also am Freitag hier unten ist ja nicht mehr Januar. Dann kann ich da ja was hin kleben. So. Und das hier könnte da so hin oder hier so hin. Dienstag ist halt die Frage, ob da ein Video kommt, ne? Oder da hin. Dann da so. Sehr schön. Okay. Ich gucke einmal bei meinen Stickern, ob ich da irgendwas habe, was da irgendwie zu passen könnte. Also die HIDER-Sticker passen schon mal nicht, weil ich jetzt da andere Mädchen bei habe. Kraftpapier auch nicht. Das ist alles der falsche Farbton leider. Die Fäden fassen auch nicht so gut. Zu pink. Zu knallig und auch nicht recht. Okay. Okay, okay, dann nicht. Und jetzt hatte ich überlegt, eventuell doch noch hier so ein bisschen Blumenakzente reinzunehmen. Habe ich noch so ein Pastel-Tape in Rosa. Das ist ein bisschen sehr knallig, ne? Habe ich nicht. Huch. Na gut. Ja, ich mache noch so ein paar Akzente und dann bin ich, glaube ich, auch schon fertig. Oh, ha, ha, jetzt habe ich den Kopf überklebt. Das ist natürlich tof. Ähm, so. Und da auch noch. Er hier ist irgendwie ein bisschen anpassend. Dieser Streifen nehme ich mal wieder weg. Kommt er einfach da unten hin. Und dann kommt er sonst halt nix dazu. Und hier aus. Da ist ein bisschen kahl gerade. Dann mache ich da einfach so ein Mini-Zipfel hin. Okidoki. Dann schneide ich mal alles, was übersteht, ab. Okay, das ist die fertige Wochendeko in meinem Planer. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Deko ist, ähm, super einfach und schlicht. Aber ich wollte unbedingt dieses Tape probieren und benutzen. Und, ähm, ja. Es ist halt schwierig, wenn da so viele Motive und Kleinigkeiten drauf sind. Eine passende Farbe oder irgendwas zu finden, was das dann nicht so kaputt macht. Oder dem nicht so die Show stiehlt. Ähm, ich hoffe, dass es mir einigermaßen gut gelungen. Ähm, ich bin ganz zufrieden auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.